Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuer nachjagen, aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Wir sind beim dramatischen Anfang von Top Raider. Die deutsche Stimme ist von Noah Turner, schon schon ohne richtig ausgeschaut. Was geht dort, elektromatisch, ohne Pause? Wir müssen uns weiter machen lassen. Das ist doch so ein Problem. Genau! No! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott! Nein! Nein, nein! Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Oh, eine Fackel! Oh, man muss eine Fackel finden. Wir haben noch ein bisschen Luft um die ganze Pferde. Wir müssen noch die Sachen aufhängen. Wir haben von uns schon gecheckt, dass wir nichts mehr zu tun haben. Ja, dumme Feti, gell? So fehlen zwar schon ein bisschen mit Mom. Mom, Lara. Der Name Mädchen. Verletzt. Wie ist denn du das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist eine Wutung. Das ist eine gewisse Sache wie hell. Und ich muss sie geschnitten. Wir müssen die Fackel aufhängen. Und wir müssen die Fackel aufklammen. Die Noten, das an die Noten delen aufhängen. Das hat einfach alles gefallen. So, wenn man eine gewisse Vorderingen macht. Und sie mit dem Tipp gehen. Der Explosion hat sich richtig gemacht, der in der Bank spielten. Oh ja, ich glaube, das ist wohl ein Kollege schwer. So gehen wir mal lieber mal weiter. Einfach mal weiter. Also den ganzen Teil, das spiel den alles selber, ne? Du musst ihn selber durch die, dass du das jetzt noch ein Render sehen hast. Obwohl es überall so ausgesehen wird, ich spiel den wirklich selber, man lernt alles. Das ist wirklich Spannung, um am Intensivkeit. Das ist ein Render. Das ist ein Render. Wenn wir hier rausfahren können, dann sehen wir uns die Fässer und sie fangen an, damit wir uns sicher sind. Das ist ein richtiges Rätsel. Wir müssen uns ein bisschen umschauen. Wir müssen verschiedene Elemente aufbauen. Fässer aufhalten und exotieren. Okay, okay. Dann kommt sie. Du bist in die Halle Köchte. Und ich bin schon okay mit dem Fässer. Ich kann dich nur noch mit dem Fässer explodieren. Okay, das steht schon raus. Das ist aber auch nicht zu faul. Das ist alles, was sie machen. Ich bin gespannt. Ich werde noch vier gespulten. Ich muss einfach das Gerüst durchsprangen. Ich habe nur die Köschel an den anderen Käfer. die körperchen die droge frauen sind oder hat schon so dass exklusiven der längst gesehen muss er erfahrten bei kommen aber da können sie später neue fähigkeiten kaufen Und dann kann ich von der zweite Video-Reise Die Zaunkülle ist wirklich gut gemacht. Die Zaunkülle ist wirklich gut gemacht. Die Zaunkülle ist wirklich gut. Dem Lauber, dem Lehrer, sag wie Jemers. Voilà. Das ist ein dummer Fiddy, den Quicktime Event verpasst, nech und ganz. Das kann man aber richtig machen. Voilà. Okay, das ist der Gubbe. Ich würde es sagen, und wenn du mich steckst, ist der Gubbe kröbeln? Oh, du hast eigentlich zwei morgens einen kurzen Utenstuhl geblieben. Spielen lernen, ich gucke mir nass. Wie ist noch mit Reagerier drin? Oh nein, ja, ja. Oh nein, 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 ja. Okay, gepackt. Jetzt sieht man erst der komische Rildo raus. Den komischen Leid. Ich denke mal nicht, dass die Qualität im Video so richtig ausgesehen wird. Das Grafiken ist wirklich sau, sau, sau geil. Voilà. Soviel zum ersten Video. Im zweiten Video dann, äh, wo könnte das von Clara sein, sein Bauch, etc. und dann können doch die 10, Schlüssel 10 wie hat, äh, zum Lagerkopf wirklich gut, wenn die Leid im Ball hat. Und das gucken wir uns dann noch in dem nächsten Video, um den halt noch zu lang, und schlangweinig zu viel. Voilà. So, merci für die gucken, und dann sehen wir unser zweites Video ran. Soviel. Soviel. Soviel.